Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Merz für Zusammenarbeit von Union und SPD bei Migrationspolitik. Merz für eine gemeinsame Initiative bei der Migrationspolitik. In einem aktuellen Statement hat Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Union und der SPD in der Migrationspolitik betont. Er sieht in einer solchen Kooperation einen Schlüssel zur Lösung der anhaltenden Herausforderungen, mit denen Deutschland konfrontiert ist, insbesondere angesichts der steigenden Zahl an Flüchtlingen und Migranten. Merz argumentiert, dass es entscheidend sei, auch über Parteigrenzen hinweg gemeinsam an effektiven Lösungen zu arbeiten. Merz machte deutlich, dass die momentanen politischen Diskussionen häufig von einem tiefen Graben zwischen den Parteien geprägt seien. Dies hindere Fortschritte und könnte potenziell dazu führen, dass wichtige Maßnahmen zur Migrationssteuerung auf der Strecke blieben. Er hob hervor, dass die Schaffung von sicheren Fluchtwegen und die Bekämpfung von Fluchtursachen nur durch einen einheitlichen Ansatz zu bewältigen sei, der alle relevanten politischen Akteure einbezieht. Besonders aus der aktuellen Migrationskrise heraus habe sich gezeigt, dass Deutschland nicht alleine handeln könne. Merz forderte eine europäische Lösung und äußerte den Wunsch, dass auch die Sozialdemokraten mehr Verantwortung in diesem Prozess übernehmen. Dies würde nicht nur der deutschen Gesellschaft zugutekommen, sondern auch zur Stabilität in Europa beitragen. Er merkt an, dass das Thema Migration zu einem zentralen Prüfstein für politische Verantwortlichkeit werden sollte. Zusätzlich sprach er die Notwendigkeit an, die Asylverfahren zu beschleunigen und die Integration geflüchteter Menschen zu fördern. Nach seiner Vorstellung könnte eine Arbeitsgruppe, die aus Mitgliedern beider Parteien besteht, spezifische Strategien entwickeln, um die Integration effizient zu gestalten. Dies umfasse sowohl sprachliche als auch berufliche Qualifizierung, damit Migranten schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Kritik an der aktuellen Migrationspolitik ist in der deutschen Politik längst nicht neu. Merz wies darauf hin, dass viele Bürgerinnen und Bürger zunehmend das Vertrauen in die Politik verlieren, wenn sie das Gefühl haben, dass keine klaren Lösungen als Antwort auf die Herausforderungen angeboten werden. Er betonte die Wichtigkeit, dass die Stimmen der Bürger gehört werden und dass eine gemeinsame politische Linie gefunden werden muss, um den Ängsten und Sorgen in der Bevölkerung zu begegnen. Er fügte an, dass die CDU bereit sei, ihre Vorschläge in die Diskussion einzubringen und aktiv an einem Konsens zu arbeiten. Merz appellierte an die SPD, die Initiative zu ergreifen und der Zusammenarbeit offen gegenüberzustehen. Dies sei eine Chance für beide Parteien, nicht nur eine Lösung für die Migrationsproblematik zu finden, sondern auch ihr gemeinsames politisches Standing zu stärken. Die Vorschläge von Merz werfen Fragen auf, die weit über die einfache Frage der Migration hinausgehen. Hält die Gesellschaft solche Lösungen für umsetzbar und wie reagieren die Wähler darauf? Der Ansatz der gemeinsamen Zusammenarbeit könnte der Schlüssel zur Stabilität und zu einer nachhaltigen Migrationspolitik in Deutschland sein. Die Diskussion über die Migration bleibt also weiterhin ein heißes Thema und die nächsten Schritte der Union und SPD werden von vielen gespannt beobachtet. Politische Beobachter sind sich einig, dass es an der Zeit ist, eine pragmatische Haltung zu zeigen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, um den Herausforderungen der gegenwärtigen Einwanderungssituation gerecht zu werden. Autor Anita Farke, Dienstag, 27. August, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.